Und die trägt den Titel Strawanzen und das war jetzt eigentlich mal so das Erste, was mich interessiert. Was hat es mit dem Titel auf sich? Wie kommst du drauf oder was steckt da dahinter? Strawanzen ist eigentlich ein Ausdruck, den man nur in Süddeutschland kennt. Das heißt auf gut Deutsch, auf hochdeutsch umher schlendern. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache, also ziellos irgendwo umeinander gehe, aber trotzdem präsent sein, weil sich dann einfach Sachen ergeben, auf dem Weg sozusagen. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, das trifft auch in gewisser Weise auf die Bilder zu, weil ich irgendwo hingehe, aber nicht genau weiß wo. Also ich habe keinen bestimmten Plan und gerade auf dem Weg ergeben sich Sachen, an die ich vorher nicht gedacht habe, aber die einfach aus einer gewissen Offenheit, aus einer gewissen Aufmerksamkeit, die ich dann so sehe. Und dann, es ist ein zielloses Umherschlendern auf der Leinwand. Und wenn ich Glück habe, dann kommt was raus, was mir gefällt und dann wird es ein Bild.